Herzlich willkommen an alle Freunde von Die Haaren da draußen. Heute ist ein glorreicher Tag, markiert es euch schwarz im Kalender, denn meine offizielle Facebook-Seite ist nun fertig. Oft habe ich es angekündigt, oft habe ich es versprochen. Jetzt ist sie da. Link findet ihr schon mal in der Beschreibung, ganz dick, nichts anderes. Und hier werfen wir doch mal direkt einen Blick auf die Seite und ich kann euch direkt noch mal ein paar Einzelheiten dazu sagen. Ganz wichtig vorweg, keine andere Seite außer dieser ist echt. Diese Seite wird von mir selber betrieben, alle anderen sind Fake. Also glaubt keiner anderen Seite etwas außer das, was auf dieser Seite steht. Hier erhaltet ihr alle, 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 alle Informationen zu Livestreams, Projekten, neuen Projekten und was sonst so für ein Shit in meinem Leben abgeht. Also drückt letztendlich auf Gefällt mir und ich gebe euch knapp ein bis zwei Monate und seid ihr mindestens genauso kaputt im Kopf wie ich oder genauso cool. Also legt es aus, wie ihr möchtet. Wir sehen uns auf Facebook wieder. Euer Hahn.